der creepy stalker beobachtet den kleinen schläfer so so und damit mal willkommen zurück zu minecraft ich hau mich mal direkt ins bettchen auf das unser icky auch munter wird obwohl er schon sehr putzig mit seiner kleinen fackel kuschelt aber naja was ich habe vor voller freude schon mal fackel gesetzt so schön wie es anfängt kann es dann hoffentlich nur weitergehen so planung heute ressourcen wir gehen noch mal auf die große suche würde ich sagen ach machen wir das ist ein bisschen abwechslung wir haben jetzt ordentlich lang gebaut was suchen wir denn am besten eine höhle wo wir ordentlich eine hölle wo wir ordentlich abbauen können dabei können wir ein bisschen die ortschaft noch erkundigen ich würde nämlich vorschlagen wir gehen in diese richtung ich tue mal in diese kiste erst mal ein paar ressourcen rein was brauche ich denn das brauche ich nicht werkzeug brauche ich aber eigentlich arsch viel davon ja jetzt machen wir mal eine komplette ausstattung aus eisen denn eisen ist sehr sehr wichtig ich mache tatsächlich ganz viel mit cobblestone weil ich möchte nicht so viel eisen verbraten wenn wir demnächst ganz viele schienen machen wollen ja aber wir müssen ja aus es heißt doch immer schön du musst etwas ausgeben um etwas zu verdienen ja ja also ich mache mir jetzt nehmen wir einen crafting table bitte mit ja nehmen wir doch ein eimer mit du möchtest ein eimer mitnehmen ja ein eimer mit wasser am besten warum das sind die geheimen strats damit können wir dann gut gegen lava vorgehen weißt du ah ja so natürlich natürlich so granit kann ich wohl da lassen das kann ich da lassen das kann ich da lassen ich schmeiß mal alles einfach nur rein hier gerade schön ist anders aber es geht nicht um ordnung und sauberkeit sondern nur darum dass der kram da weg ist so mal bald ein neues schwert sich mal gerade ja gut kommen dass das so viel eisen muss jetzt einmal investieren weil meins ist bald durch da habe ich nämlich nichts von wenn ich das nächste mal im kampf stehe und dann auf einmal ist mein schwert im eimer das wäre ein bisschen fatal fürchte ich so ich wäre es weit ja komm cobblestone kriege ich bestimmt gleich genug da brauche ich nichts mitnehmen fackeln 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 habe ich 47 die sollten reichen ok wo wo geht man denn noch hin sollen wir mal da hinten hingehen so schauen was uns dahinter erwartet hinter diesem gebirge waren wir da schon mal ich würde eher sagen ja wohl ja können wir machen sagen ja eine richtung laufen finde ich auch zurück aber ich springe jetzt einfach mal runter das ist jetzt glaube ich zumindest ja doch ja hier komme ich noch lebendig an da bricht dass ich sämtliche knochen neben uns nach diesen wieder geheilt verdrangen man nicht mal schubsen zu wollen fies ok doch kein schaukel schubber so wie oben lang ja kommt man hier hoch dann kann man mich auch gleich erkunden wie es auf der anderen seite aussieht weil die äußerste mauer wo unser dorf drin ist die muss ja auch alles umschließen ja zumal wenn wir hier oben ja irgendwie so ein schlösschen sonst was draufsetzen macht es ja sinn das innerhalb der mauern irgendwo zu haben meine güte hier sind ja auch berge sieht schon geil aus ich mag das ach guck mal da haben wir so einen riesen lavastrom der leuchtet im übrigen schön weißt du aber meine angelegte lava kuppel von der sie sind nischt bei mir tolle shader toll habt ihr fein gemacht ja mein shader funktioniert ist da unten wasser ja ich weiß aber nicht wie tief das ist da traue ich mich lieber nicht ich würde trotzdem gerne hier runter wie da unten ist wasser unten ist doch kein wasser doch wo da unten mittig im tal ist wasser das wasser siehst du es nicht für mich sah das kann aus als wäre es einfach nur so ein loch naja es ist ein wasserloch also schön dass du auch sagst wenn ich mir weh tue so hier das meine ich ja das wäre auch knapp gewesen das ist tatsächlich sehr flach hier das ist gut dass ich nicht runter gesprungen bin aus diesem tal werden wir nie wieder entkommen sehr schön ich mag mich mal kurz ein bisschen umgucken die lava hier sieht sehr beeindruckend aus muss ich zugeben ich spring mal gerade ein bisschen durch die gegend hallo kuh ja sehr viel lava du da vorne auch diesen komischen pin in der luft schweben ja es ist ja sehr random oder schon ha hier ist eine fackel waren wir schon mal hier ist eine ganze fackel hier da auch die sind auch welche aha ok wann waren wir denn hier ich weiß es gerade gar nicht interessant was dagegen wenn ich mal eben die kohle direkt mitnehme weil auch das ist eine ressource die uns irgendwann zu neige geht aber ich habe ich habe einen blick darauf wo ich gerne hinlaufen will unsere ich weiß ich habe hier ein bisschen ich bin hier rumgelaufen weil ich weil ich koppel abgebaut habe oder so weil ich irgendwas abgebaut habe unsere öfen sind reichlich lerne die sind nicht mehr randvoll mit mit kohle gefüllt das macht mal sinn die auf jeden fall mal ruhig mitzunehmen würde ich sagen und ich bin dafür wir gehen dann in die richtung da wo die wo die landschaft ist also von dem gebirge erst weg wo die landschaft ist nein wirklich nein kraft hat landschaften aber so viel kohle hier das ist ja herrlich nehme ich jetzt hier einmal komplett mit die brauchen wir echt denke ich vor allen dingen spätestens wenn wir das ganze eisen ja noch da also eisen müssen wir auf jeden fall auch darauf achten wenn wir da wenig sehen auf jeden fall mitnehmen weil tausend schienen und sowas oder es wird noch ein gerenne können wir uns schon mal kurz darauf einigen dass wir in erster instanz glaube ich aber wenn wir unsere eisenbahnlinie bauen dass wir erstmal nur eine einspurige machen einfach um zu gucken dass wir das mit den ganzen eisen was wir haben erstmal hinkriegen und dann gucken wir was wir dass wir dann eine zweite anlegen ja aber ich würde sagen wenn wir die brücke bauen legen wir die schon mal für zwei aus also wir müssen nicht beides platzieren aber ich würde sagen wir legen die für zwei schienen aus weißt du eigentlich ja dass das schon aber halt die schienen erstmal nur einspurig würde ich sagen weißt du eigentlich dass wir blöd sind warum hast du ein bett mitgenommen nein ich auch nicht so weit ist es ja nicht entfernt macht nämlich irgendwie sinn oder sonst stehen wir da gleich in der pampa dann ist es wieder nacht dann sind wir über 1000 monster und wir können nicht petten gehen das wäre vielleicht ganz schlau gewesen gut gehen wir mal zurück ja das sind so kleinigkeiten die man hätte vorbereiten müssen ich weiß nicht weil ich glaube wir zu einem strand lang ist glaube ich deutlich einfacher das sieht ja auch cool aus hier haben wir eine höhe was drin wahrscheinlich hast du hier abgebaut kann das sein kann sein ich weiß nur nicht mal was also sieht so nach so einem klassischen ich habe koppelstern abgebaut aus hallo wasserfall kohle 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 ich mag kohle so gern ich schwimme mal eben dem wasserfall nach oben mit haben wir denn da das war das ist ein block wasser einfach nur okay ja gut ich dachte ich guck mal vielleicht land ich da irgendwo aber nö das wasser sieht echt schön aus mit schädern das ist so hoch hier ja tut es allerdings das wasser ist ehrlich gesagt mit der hauptgrund warum ich gerne shader nutze weil das sieht einfach echt schön aus eigentlich müsste ich noch better quest machen dass dass der erdblock komplett mit gras entdeckt ist das finde ich nämlich auch schön das ja das habe ich tatsächlich jetzt nicht mal aber ich mag das dass das so die die normalen gräser und sowas ein bisschen im wind aufwiegen und sowas das sieht immer ganz schick aus ich glaube ich bin erfolgreich rumgelaufen um den berg jetzt gehe ich einfach darum mal zum haus mal gucken ob ich schneller sein werde äh so ich schwimme hier gerade nämlich hier in den wasserfall wo gleich vor dir ankommen nehme ich dann einfach ein bett für dich mit ja ne ja ich weiß gar nicht ob wir nach unten welche haben oder ob ich jetzt nach oben gehen muss wir hatten mal fünf milliarden betten ich weiß nur hat nicht mehr wo oben haben wir ganz viele wir haben nämlich oben an der kiste drei stehen so dort laufe ich gerade zu weit nein hier bin ich doch richtig oder bin hier zu weit gelaufen beeindruckt ich bin zu weit gelaufen ja das ist erstaunlich okay na gut also die musik meint es gerade gut mit mir die trellert hier die ganze zeit fröhlich vor sich hin so betten nein betten auch nein okay naja unsere beiden betten auf jeden fall die stehen ja hier unten im haus aber die würde ich auch gerne da lassen ja nein nein wir müssen aber auch den eingang schöner machen muss ich sagen für die die brücke da müssen wir den eingang schöner machen da unten was eingang brücke was ja zum turm hoch zur brücke hast du das ja ja keine sorge also dass das stand ja eh noch bei uns auf dem plan okay hier unten haben wir keine betten mehr über warum ist hier in der außenmauer eigentlich so ein riesiges loch außenmauer riesiges loch ich was warum wo bist du gerade ich bin gerade bei unserem häuschen an der außenmauer die ich geboren komm mal her ach das hinten ja ja kann ich dir sagen creeper und das hast du nicht zugebaut hier jetzt auch kommentar los so die zustände mit dem ich hier ist es wird gerade dunkel schrägstrich es ist gerade dunkel ich gehe mal auch nach oben würde ich sagen und dann direkt pen ist so dass das meinte ich im übrigen irgendwann vorhin mal hier mit dem hier unten so ein bisschen glas drum machen vielleicht das war klingelt mal ja also nicht nicht mal so viel aber weil sie nicht so drei vier fünf blöcke halt hoch ich werde das mal bei gelegenheit und mal gucken wie das aussieht mein gott ist das hoch jedes mal jedes mal wunder ich mich wie hoch das ist okay bin ich jetzt auch mal langsam da halleluja so schläfchen fertig ich nehme einfach das bett ja oder du nimmst es einfach oder ich nehme das das war jetzt keine absicht aber schön irgendwo hat man noch eins hier da ist noch eins drin genau gut äh gehen wir hier wieder lang oder wie machen wir das ja würde ich sagen jetzt ein bisschen ne ja okay ouch was leuchtet denn da vorne so rötlich ich tu mal kurz ran ah eine blume im sonnenlicht ist ja schön ach jetzt wäre sonst was ich mach das mal ein bisschen schneller kommen ui flatsch oh äh es wurde schon wieder etwas knapp aber ok ja hat aber funktioniert sehr schön gut ja das ging eindeutig schneller ich hab übrigens 33 kohle gesammelt ich hoffe mein brot ist nicht nass geworden ich nomm mal eben kurz eingeweichtes brot ist auch ok ja und zwar keine ente aber ja du äh äh ente ja als kind am teich ja ständig stehst du da mit deinem brot da ist ne ente und wirfst das komplette brot rüber weißt du friss so ein komplettes kassler an den kopf werfen bam fällig wow ein ganzer kohleblock das ist ja spannend wow habe den mal eingesammelt mein pferdchen was ja wo bist du ja ach da vorne ok willst du eine möhre aber wenn wir jetzt noch zettel hätten eine möhre ok ja ja und hurra er wird abgeworfen schön und schon wieder gib alles das scheißpferd soll sich nicht so anstellen du Drecksau jetzt töte doch das pferd nicht ich hab's nur geboxt ganz zärtlich ganz zärtlich ganz zärtlich aha arme Sting böser Iki wieso wächst hier Zuckerrohr äh weil sicher geil finde weil ist eine legitime Begründung ich hab mir Zuckerrohr abgebaut so was haben wir denn jetzt hier so ist das da oben ist das raunpferd ich weiß es nicht ich geh mal gucken ich bin neugierig blume hier sind ganz viele weiße Pferde ja hallo Pferd oh du bist aber schön hi hm was gibt's denn hier so also wir sind ja eigentlich auf der Suche noch nach Höhle also ich weiß auf jeden Fall dass wir ein Sattel mindestens haben vielleicht bin ich hier vorne fündig geworden jetzt muss ich mal gucken wo bist du denn jetzt gerade neben dir neben dir sehr schön irgendwas sehe ich hier unten geht's hier weiter rein da kommt Pferde raus also hi guck mal sogar Baby Pferde wie süß ist ja süß wir sind hier voll abenteuer auf dem Reiterhof na halleluja hey war das nicht das was wir gesucht haben abenteuer auf dem Reiterhof ja das suche ich gerne ich geh erstmal ein bisschen durchleuchten und dann kannst du ja schon mal ein bisschen was abbauen und ich rütt Zombies aber das ist ordentlich groß ich hab schon ordentlich viel Eisen gesehen das ist schön so will ich das hallo Mr. Zombie geht Aua kommt von hinten auch noch einer ab in die Lava mit dir du Penner sag mal ich glaub es hackt ich glaub dort ist ein Spawner da kommen so viele was 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 ich glaub ich hab ein Spawner gefunden du musst gar nicht da bist du wo du bist da ah hi hallo Aua so komm mal kurz mit komm mal ich glaub dort oben in der Richtung da kam ganz viele raus ich weiß nicht ob das normal war oder ob da ein Spawner ist aber ich geh gucken warte 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 ich brauch Rückentdeckung ich hab auch Leitern dabei weißt du also nebenbei hab extra Bicher eingepackt ne doch nicht war es nur eine Party die ich ge 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 gesprengt hab das war nur eine Party genau heilter Falter ey Eisen mein Eisen her damit Heavy Metal so weiter gehts ähm 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 äh Inge Dinge Aha für Schafe das ist schön ah das sind die die Höhlenschafe sind das achso ja ja die die kennen wir ja schon mit denen haben wir ja schon so einige Erfahrungen sammeln dürfen da oben gehts auch noch weiter so mehr Eisen mehr Eisen nehme ich gerne und noch mehr Eisen ich höre glaub ich an eine Spinne iiiiiiii mach sie tot oh was denn ähm ja ja und hier ist ein Creeper direkt drunter hehehe 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 okay hi schön Liebe der Creeper will nur Liebe Na da freu ich mich ja schon mal also bauen wir die Kohle ab oh nein wo ist er hin was der Creeper ist weg ja er ist irgendwo hingelaufen ich weiß nicht wo oh Scheiße nicht der Creepermann das ist aber unschön nicht der Creepermann bitte bitte nicht sag mir mal wo der hingelaufen ist ich weiß es nicht ein böser böser Creepermann das war ein Knall ey nicht dass man das wirklich neu wäre aber es ist immer wieder schön zu entdecken ne ah ok ich sehe ihn äh könntest du bitte kurz getriggert sein weil hier kann ich dich geil wegschlagen gut alter so ich könnte dich da geil wegschlagen ja es ist ja bis es bei mir kurz leckte anscheinend weil ich haute drauf und der explodierte instant das ist jetzt nicht ganz in der Sache eigentlich äh äh wo geht's denn da lang ach du scheiße ich wollte doch nur Eisen abbauen oh scheiße wo bin ich seh ich schon komm wir werden uns bald wieder gegenseitig suchen müssen ja 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 ich höre schon wieder zombies hi oh oh hat er sich getriggert ach da bist du hi kommt voll pingpong hey was machst du mich an du sauf ich komme gleich mit der macht dich müsse der musste sein ist okay was hat der denn getrockt ach nur nur vergammeltes hühnchen alter kann auch einmal durch die hülle gehen ohne dass ständig irgendein penner herkommt alter echt jetzt stirbt man aber eine schöne hülle gefunden ja ja ich glaube da irgendwo lang und da steht auf einmal ein creeper neben mir und macht zum glück nichts jetzt doch über den ich wollte erst mal ausleuchten du penner du hast kohle übersehen auf die wichtigen ressourcen hallo kohle ist das wichtigste von wichtigen mag dass ich schon wieder die pfeile hier leuchten bei mir das ist so absurd batz batz ich gebe jetzt einen bogenkampf war ja wohl sehr erfolgreich ja ich habe gewonnen ob ich von hier aus den creeper wie viel essen da das ist mir zu viel nein das war bei dir oder ja das bei dir gut du das nie wieder ich hörte das zischen hinter mir das war der präger du darfst nie wieder alter schwede ist ja hier soundtechnisch highlight gerade ich höre nur irgendwo pfeile einschlagen ist schön yes down der sah so eigentlich wollte ich da unten lang ich gehe da mal meinen weg hier auch weiter was wer wo ach du bist da unten zugange okay 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 hi ja komm ruhig her geht es da oben wohin wo wir schon waren oder so das hätten wir du gerade rauszufinden wo du jetzt schon wieder bist gerade warst du noch fast neben mir aber wo ich sehe deinen namen gerade nicht wo zur hölle ach du kacke ja das haben wir uns aber ja was eingebrockt ey das ist ja echt wieder wieder raus es ist gar nicht so unwahrscheinlich dass du damit recht hast und hier ist noch überall kohle du hast doch voll viel kohle übersehen das ist ein gerücht oh ich hab die ich hab die freiheit gefunden ne doch wo war der hashtag oh god alter hashtag freiheit ah schön ich finde den hashtag ich sollte diese folge so nennen das ist super ah man ey das schlimme ist ich denke dann immer nicht dran weißt du dann hab ich die folge irgendwann raus und äh ja hm tja ich mag es ja wie meine Viuer mich auf solche Fehler auch immer hinweisen ne ich sag nur so oh ich schneid das da mal kurz raus ja anscheinend wohl nicht äh red äh ja ups naja ist halt authentisch ähm oder so ja oh mehr Eisen toll mein gott sehr viel mehr Eisen sehr schön jetzt muss ich einfach gucken wie ich wieder zu dir finde ich habe nicht die geringste Ahnung ich weiß ja selber nicht wo ich bin aber ich nehm ganz viel Kram mit erst mal nebenbei was ah ich sag dein Name das reicht dir jetzt nichtmals sehr pervers ist das so ich folge deinen Namen so wie es geht und auf einmal bin ich unter dir das ist auch schön ja warte aber gar nicht so unwahrscheinlich hi hi halt hi ach da vorne bist der ja ich hab noch ein bisschen Eisen abgebaut ja ich nehm hier vorne auch noch grad welches mit so da hinten hab ich alles schon rausgeholt da ist noch ne Sackgasse okay also die offensichtlichen Ressourcen zumindest aber es ging hier vorne noch weiter gut irgendwo muss hier auch was sein weil du hörst ja wahrscheinlich auch ne Spinne, Zombies, einmal alles ja oh da kommt ein Creeper oder auch nicht ach weil die Sau hier nicht hochkommt Aua Aua warst du da unten oder ist das gerade Lava weswegen es da leuchtet äh weiß ich nicht gerade tatsächlich wo baust du dich denn jetzt hin ich will mich rumgucken Alter Star Wars lass das Star Wars aber die haben helle Laserguns bei mir leuchten doch immer die Pfeile na gut warte 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 ich kümmere mich an den Creeper ja vor nächster März einer Aua nein nein Autsch Alter oh Zombie prügelt sich mit dem Skelett das ist schon mal gut ja und ich muss mal ein Stückchen gehen weil ich hab noch drei Herzen ne ich glaub da unten war ich nicht okay das ist Lava da unten puh ey halleluja immer kurz hier rum ein bisschen heilen so ist es übrigens glaube ich wenn du äh irgendwann Millionen von Zuschauern hast und auf der Gamescom bist geht weg ich hab noch Termine geht weg geht weg geh weg ja solange keiner von denen explodiert ist alles schön Gott wie gut ey scheiße das war nicht so ganz gut so ist jetzt wenigstens alles tot hier unten ey so ich nehm mal die XP Punkte scheiße scheiße nein bau mir das doch nicht weg du Scharsch lass mich alter baut er mir die einzige Möglichkeit weg da wieder hochzukommen eigentlich hab ich nur was im Weg weg gebaut ja 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 alter oh fuck oh fuck oh fuck da hast du ne richtig geile Hülle gefunden da hast du ne richtig geile Hülle gefunden ja hi hier war doch irgendwo noch ein Creeper ach da das sind sogar zwei drei what the fuck nein lasst mich verkackter skelettiger aimbot stirb jetzt die haben echt nen aimbot ne die schießen dich ab egal wie du dich bewegst das ist so behindert ich seh deine Füßchen Creeper du kannst dich nicht verstecken so Surprise ja ja oh Gott ey das passiert immer wenn wir in Höhlen gehen ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen es ist niemals ein entspannes oh wir geben mal ein bisschen farmen nee wir feiern epische Schlachten verdammt die völlig absurd sind immer tja immer dasselbe ey ja ich auch geh weg ganz Zeit für Erfahrung aber hey ich bin jetzt Level 12 und ich hab Redstone gefunden ich hab dein Steil gefunden du Ed ich hab dein Steil gefunden ich kann dieses Skelett nicht treffen warum nicht vielleicht ist das Skelett stärker als du ah bist du weiter nach unten gegangen ich hab keine Ahnung wo ich hingegangen bin ich bin geflüchtet ich möchte ja schon gern das Gold haben aber ich möchte mich ungerne mit dem Skelett gerade so direkt anlegen das ist ein bisschen doof ah war ja klar aha no 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 sind die schneller geworden die Skelette oder kommt mir das nur so vor ich hab keine Ahnung ich weiß du ich steh schon wieder außer Beschuss nein nein ach hau doch ab ey ich sterb doch ja ich muss ihn mal dringend heilen ey ich sag ich ja dringend weil Herzen ist irgendwie so ein bisschen nein 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 alter ich wollte mich nur irgendwo hinstellen aber dann ach wow wow oh nein der stand auf einmal in mir wo kam der her wo wo warst du du hast ganz viel Kram gefarmt dann sammel ich den du hast wahrscheinlich selber keine Ahnung oder also ich würde dich sehen wir jetzt doch wenn du da irgendwie rumläufst aber ah nein da wo wir runter gingen da wo wir anfangs runter gingen damit wir überhaupt auf der Ebene sind wo du mir was weggebaut hast da bin ich ja nach links gegangen ne links rum und du bist geradeaus weitergegangen da ungefähr ist das oh man keine Aufnahmesession ohne Tod ich sag's dir alles klar hab's gefunden hast gefunden gut ja ernsthaft ich hab dein Kram gefunden die Frage ist jetzt nur was nehm ich hier mit die Spitzhacken auf jeden Fall ah alter dann weg Pfeile können weg Bogen schmeiß ich weg das schmeiß ich weg Andestead schmeiß ich weg Gold schmeiß ich bestimmt nicht weg scheiße auf die Bindfäden scheiße auf das Zuckerrohr deine Klamotten ziehe ich mir jetzt ganz dreist einfach mal eben an die hab ich eh von Zombie geklaut wow trage ne Zombie Klamotten krieg ich hier jetzt weißt du tja äh ok ja ich glaub die wichtigen Sachen hab ich da mit alter das ist jetzt der Moment wo ich eigentlich gehen sollte oder also ich bin wieder äh an unserer Base ja ich weiß nicht wie viel du jetzt rausgekriegt hast aber ich hab glaub ich echt alles wichtige mitgenommen also bis auf bisschen ähm warte mal ich muss mal grad gucken wie ich hier hochkomme ok bis auf ein wenig ähm wie heißt das hier paar paar von diesen Bindfäden Dingern und so ein Scheiß keine Ahnung also nichts wichtiges fehlt glaub ich gerade äh ich hab keine Ahnung wo es hier wieder raus geht das ist super das ist schön ok das wird jetzt wieder die übliche Odyssee wie zur Hölle komme ich aus der Höhle wieder raus ja ich bin unterwegs ich versuche dich das ein bisschen vor zu los ähm ja aber pass auf ich guck gerade auf die Uhr wir machen schon wieder hier kleine Überlänge am Rande sollen wir das ganze einfach mal jetzt ganz abrupt an der Stelle beenden und in der nächsten Folge darfst du mich brav in der Höhle suchen und wir finden gemeinsam einen Ausweg aus der Misere soll man das so rum machen dann tun wir das doch so dann ja bedanke ich mich fürs Reinschauen ich auch wie gesagt keine Aufnahmesession ohne Tod hab ich ja eigentlich dein Bett eingesammelt ja das hab ich auch ok dann ist ja gut ja ne gut ne dann ja sag ich einfach mal sieht man sich bei der nächsten Folge und wir machen weiter mit der Höhlen-Tür wird spannend sehr spannend bis dann tschüss